Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile, direkt aus der Bestiary Liga. Und dieses Mal, wie angekündigt, möchte ich meinen Duellisten, Duellanten in die Map schicken. Und ich habe mir hier eine Ausguckkarte, auch Kartenlevel 1 rausgepickt. Die habe ich auch gleich golden gemacht, gibt ja mehr Gegenstände, kann man mehr finden, ist einfach so. Wir wollen mal gucken, wie er sich da so schlägt. Und im Prinzip hat natürlich die Waldläuferin das mit einer blauen Karte ein bisschen einfacher gehabt. Auf der anderen Seite ist es so, dass der auch, ich sag mal von der Stufe her, tatsächlich noch unter der Waldläuferin ist. Der hat eine Stufe von 66, die Waldläuferin ist 74. Also eigentlich ist das der theoretisch der Schwächere von den beiden. Charles, langsamer ist er, oh no, diese Folge geht wohl ein bisschen länger. Aber, äh, was ich eben sehr interessant finde, ist das, der schon ganz schön reißt hier. Lass das. Jetzt wirst du angesprungen. Das ist ja das, was ich bei den Ziegenmenschen so abgrundtief hasse. Das hier ist quasi meine Rache. Alle Ziegenmenschen. So, der muss auch nah ran. Äh, wenn es übrigens so grün leuchtet, das ist das Schwert. Äh, so und dann verliere ich auch Leben. Das ist so die Umklammerung. Immer, wenn ich einen Gegner entzünde. Theoretisch könnte man hier auch mit so einer Kombination arbeiten, dass man einfach den direkten Schaden ein bisschen erhöht. Ähm, obwohl wollte ich die mit haben? Ne, die will ich gar nicht mit haben. Dass man den direkten Schaden ein bisschen erhöht. Also da gibt es ja auch diese, diese eine Gemme, die dann einfach so die weiteren Schadensarten verhindert. Also wir entzünden, äh, so solche Geschichten eben. So, wenn ich dann mittendrinne bin und ordentlich Schaden austeilen kann, dann kann ich auch ordentlich was einstecken. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Äh, aus der Entfernung. Der hat auch ein bisschen weniger Leben als die, ähm, als die Waldläuferin. Ist ja irgendwie auch logisch, weil er von der Stufe her niedriger ist. Immer rein da. Aber das ist eben so ein bisschen das. Er braucht ein bisschen länger, was so die, was so die bisschen stärkeren Gegner angeht. Äh, im Vergleich jetzt zu der Waldläuferin. Also alles andere, denke ich mal hier, das kann man jetzt auch sehen. Also wenn ihr die Folge gestern gesehen habt, alles andere geht viel, viel schneller. Ähm, aber wenn es so um die einzelnen Bossgegner geht, so die bisschen besseren, dann braucht der definitiv ein bisschen länger. Ich bin mal gespannt, ob der nachher auch hier beim, äh, Map-Boss, ob der da ins, äh, Gras beißt dabei. So, da fehlt mir eben noch eine vernünftige, Attacke. Mit der, der so hier die, die einzeln, die Single-Gegner legt. Obwohl ich meine, er schafft es ja schon. Da ist ja nicht so, dass er sie nicht schaffen würde. Also erstmal Platz machen, aufsammeln können wir später noch. Den möchte ich natürlich gerne mitnehmen. So, den nehmen wir auch mit. Das sind alles Dinge, die ich ja definitiv früher oder später auch noch brauchen kann. So, ich sag mal so, Einzel-Gegner-Angriffe brauche ich ja nicht. Ah, da hinten hätte ich noch irgendwie. Ist da vielleicht noch was? Also wir wollen ja wenn, dann wollen wir ja schon ein bisschen gucken, ob wir hier auch noch was finden. Ne, kann ich da eigentlich direkt hin hüpfen? Nein, geht natürlich nicht. So, für alle Fälle hat der ja auch noch hier ein Schadensfläschchen mit dabei. Uh. Ah, war nichts drin. Schade. Schade. Kann die Gegner nicht sehen. Das ist schlecht. Oh, gut. Also das ist schon, der leidet ein ganz klitzekleines bisschen mehr. Ich weiß auch nicht, das kann natürlich jetzt auch ein bisschen mit den Resistenzen zusammenhängen. So. Das wäre vielleicht einfach mal ganz interessant. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ich habe auch meinen Eisgolem gar nicht am Start. Da mache ich natürlich auch noch weniger Schaden. Und weg sind sie. Du. Von da hinten? Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. So. Lass das. Naja, immerhin ein Stahlnetz drin. Da noch was? Nein. Identifikationsrollen. Ohne Ende. Die brauche ich auch nicht. Das ist der Hammer, ne? Oder? Ich finde, das ist der Hammer. Das macht so Spaß, wenn die alle zerplatzen. Aber ihr seht auch hier. Ich muss da dringend bei dem nochmal gucken, ob ich da noch ein bisschen Leben erhöhen kann. Ich glaube, das wird auch so das nächste sein, was ich machen muss. Vielleicht auch ein paar andere Items. Ich muss mal kurz weg. Okay. So. Und da fehlt mir jetzt plötzlich wieder. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ich muss das Leben saugen, sonst habe ich ein Problem. So. Also. Gib ihm. Gut, der ist ja nicht weiter wild. Auch nicht. So. Freunde. Die werden wir auch gleich einsetzen. Das Prisma. So. Scheinbar habe ich den Endgegneten erwischt, oder was? Hatte ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ne. Hm. So. Werden wir auch gleich einsetzen. Und zwar werden wir natürlich hier den wilden Schlag erhöhen. Ach so. Okay. Das funktioniert in der Regel. Es geht. Theoretisch geht es schon. Aber man muss natürlich auch genau treffen. So. Das erhöht jetzt jedes Mal den Elementarschaden an der Stelle. Wollen wir mal schauen, ob wir die nicht auf 20 kriegen. so. Da gehen wir mal ganz schnell raus. Und wie immer. Ne. Mein Elementar ist noch da. Tatsache. Hält sich doch ganz wacker. Machen wir trotzdem mal frisch. 27 Monster. Also wenn wir nähern uns dem Ende. Definitiv. Frage ist halt, wo treiben die sich rum. So musste jetzt auch bei der Rüstung oder so musste ich ein bisschen umbauen. Hat bei der Waldläufe dann auch machen müssen. Ganz glitzekleines bisschen. Um natürlich die Resistenzen jetzt wieder einigermaßen auf Vordermann zu kriegen. Aber ihr seht schon. Die sind nicht ganz perfekt. Also deswegen natürlich auch hier deutlich mehr Schaden. Als was wir sonst kriegen. Das müssen wir erst jetzt anhand mit besseren Items wieder ein bisschen aufschönen. So. Wobei der hier vom Skilltree eben sehr interessant ist. Weil ich hier früher oder später sowieso in diesem Bereich will. Wo es noch Widerstände gibt. Einfach um dann vielleicht Chaoswiderstand oder so. Oder Leben oder was auch immer ich gerade brauche. Ich denke mal als nächstes geht es jetzt wirklich auch hier rüber. Überleben. Und erhöhte Rüstung. Und so solche Geschichten. Also ich denke mal dann wird der auch wieder ein bisschen kräftiger werden. Also vom Austeilen her denke ich mal ist der eigentlich soweit ganz gut. jetzt wird es eben interessant. Jetzt halte ich einfach nur drauf. Jui. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Kann ich mehr mitnehmen. Macht nichts. Aber wir sind sowieso hier am Ende. Also von daher ist das alles gar nicht so dramatisch. Ausguckkarte haben wir abgeschlossen. Ich denke mal der hat sich bewährt. Hat auch jetzt gar nicht länger gebraucht als die Wallläuferin. Obwohl er so langsam ist. Ähm. Mal gucken. Also der hat ja vom Leben her schon ein bisschen mehr gelitten als die Wallläuferin. Aber bei der habe ich immer glaube ich die Resistenzen die Widerstände auch besser im Griff. Äh. Äh. Hier ist das ein bisschen anders. So. Wir werden jetzt hier auch nochmal werden wir uns auch gleich die Karte holen. Ach ne. Habe ich ja schon. Klar. Die habe ich ja auf alle Fälle. So. Das heißt wir haben jetzt hier das habe ich ja mit der Wallläuferin gemacht. Hier unten habe ich mit der Ausguckkarte gemacht. Hier geht es auch schon langsam los. Ähm. Ja. Wir werden mal schauen. Also ich werde jetzt die äh Stufe 1 Maps die werde ich jetzt mal so durchmachen. Und ich denke mal dann kriegt ihr als nächstes Stufe 2 Maps zu sehen. Äh. Mal gucken ob ich das so durchhalten kann. Also ich denke mal am Anfang geht das wahrscheinlich noch. Dass ich wirklich so ein bisschen mal der mal der. Äh. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bedanke mich bei euch für's Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar. You are here by exiled to the forsaken shores of Reclast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption exile or die in the attempt. zu.